Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich dir ein neues Produkt aus unserem Katalog vorstellen. Und zwar möchte ich mit dir heute sprechen über das Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten. Bei uns aus dem Katalog, mit dem man wirklich im Handumdrehen tolle Tüten erzeugen kann. Und wie das funktioniert, möchte ich dir heute auch zeigen. Also gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Da haben wir es auch schon. Das Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten kommt mit einer Punch-Vorrichtung, die wir gleich benutzen werden. Es hat hier ein, ja, ein gut hineingedrücktes, Falzbein integriert, welches wir benutzen wollen, um eine Geschenktüte zu bauen. Ich habe mal eine von meinem alten Workshop dazu genommen, damit ich euch das zeigen kann, was wir so machen. Ich mache einfach mal das Band hier wieder raus. Das stört uns im Moment nur bei der Betrachtung dieser Tüte, denn ihr sollt jeden einzelnen Schritt nachvollziehen können. Und darum gucken wir ihn uns dann immer an dieser fertigen Tüte einmal an. So, das war eine prima Idee. Da ist ein Knoten drin, da machen wir gleich ein neues Band drumherum. So, das ist unsere Tüte. Und ich zeige euch jetzt, wie man diese Tüte herstellt. Also, auf dem Stanz- und Falzbrett kann man hier unter Punkt 1 die Größe sehen. Wir können drei verschiedene Tüten machen. Einmal S, einmal M und einmal L. Wobei ihr hier seht, L benötigt eine Papierbreite von 12 Inch. Das ist kein Denaphir mehr. Das ist unser großes Designpapier. 30,5 cm, denn Denaphir ist ja ein bisschen kleiner. Das Maximum, was man mit Denaphir tun kann, ist eine M-Tüte. 27,9 cm. Das ist diese Größe. Wobei es nur um den Umfang geht. Die Höhe bestimmt ihr immer noch selber. Die kann ja maximal Papier hoch sein. Wobei ihr unten, also es ist nicht 21, sondern ihr müsst hier unten dieses noch abziehen. Also, lasst mich mal eben messen. Das sind so 3,3 cm ungefähr. Also haben wir eine maximale Tütenhöhe von 17,5 cm ungefähr. Die passen aber hier nicht rein, die 21, sodass ihr also mit dem Falzen ein paar Schwierigkeiten haben werdet. Und man sich einfach etwas dazwischen überlegen kann. Diese Tüte hat jetzt 11,5 cm Tütenhöhe plus diese 3, irgendwas. Also ich habe 15 cm einfach geschnitten. Und so in der Art werden wir auch bleiben heute. Ich mache mit euch jetzt eine S-Tüte, also eine Tüte in Größe S, 25,4 cm, damit ihr auch den Unterschied nochmal sehen könnt. Und ja, dazu starten wir natürlich erstmal nicht mit dem Board, sondern mit diesem Board. Denn das erste, was wir tun müssen, ist uns den Karton zuzuschneiden. Jawohl. Hier steht 25,4 cm. Das ist das erste, was wir tun. Ich drehe das mal um und klappe mal den Arm aus. Und dann können wir mal ganz leicht... Ihr seht hier alles, oder? Und meinen dicken Bauch seht ihr auch. Ist das toll. Da müsst ihr bei meinem dicken Bauch mal weggucken. So, 25,4 cm. Ich mich mal so über den Tisch lehne, ne? Genau. So, und dann könnt ihr euch eben entscheiden, wie hoch diese Tüte werden soll. Ich mache diese Tüte jetzt 12 cm hoch insgesamt. Und wie gesagt, diese 3,5 ungefähr, die fallen ja hinterher noch raus, weil die werden Boden. So, das ist jetzt also die Grundform, die ich benötige für meine Tüte. So, jetzt nehmen wir uns hier zum Gucken nochmal dazu. Ich habe hier diese Seite abgeschnitten. Kann man ja hinten auch ganz einfach sehen. Und das ist jetzt die Seite, die ich einfach zum Boden mache, damit ich oben eine schöne Abschlusskante habe. Das kann man hier reinschieben. Bis mitten rein quasi. Denn hier unten entsteht nachher der Boden. Und hier haben wir verschiedene Anlegepunkte, über die wir jetzt nochmal gucken. Hier unten steht Startlinie. Das könnt ihr alle sehen. Dieses hier, die führt hier oben zu dieser Nase. Das ist unsere Startlinie. Dann haben wir hier eine Side-Linie und das Triangle, also das Dreieck, die horizontale Linie. Es gibt hier Side 2 und die Dreitütengrößen. So, da haben wir also ganz viele Hilfslinien, die uns einfach unterstützen. Wir legen unsere Schnittkante nach unten, denn hier entsteht ja jetzt der Boden. An die Startlinie an. So, und jetzt liegt im Endeffekt die Box, hier ist also offen, die Box liegt jetzt so hier drin. Kriegt ihr nachvollzogen, ne? So, und jetzt beginnt das kleine Wunder. Als erstes punchen wir. Normalerweise nimmt man das jetzt nicht raus, sondern macht die nachfolgenden Schritte. Da ich euch aber ja zeigen möchte, was gerade passiert ist, nehme ich das jetzt wieder raus. Der Punch hat dafür gesorgt, dass es hier so eine Rundung an der Ecke gibt. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Ich muss mich immer ein bisschen strecken, damit ich nochmal oben auf den Bildschirm von meiner Kamera gucken kann. Also, das ist der erste Step, den wir tun. Wie gesagt, normalerweise nehmt ihr das nicht zwischendurch raus. Ich fummel mir das da jetzt wieder rein. So. Und jetzt tun wir immer dieselben Schritte. Ihr müsst euch also so ein bisschen eine Routine angewöhnen. Zuerst punchen, zuerst ziehen, wie auch immer, damit ihr eben auch nichts vergesst. Ich punch eigentlich immer gerne zuerst ziehe dann die horizontale Linie. Auch hier seht ihr jetzt, am Anfang ist ein Stück nicht gefalzt. Das könnt ihr zum Schluss ändern, indem ihr einfach hier nochmal anlegt, irgendwo, damit ihr hier ans Ende rauskommt. Also, ihr zieht die waagerechte Linie. Dann wollen wir eine S-Tüte. Das heißt, wir gehen mit unserer Spitze hier bei S hinein. Bei S hinein. Wir legen das hier drauf ab und dann fühlt man hier schon, wie man in diese Kerbe rutscht. Und kann ganz einfach hier runterfahren, sodass diese Prägung entsteht. Das ist auch schon alles, was wir jetzt in diesem Teil tun. Jetzt nehmen wir unsere S-Linie, die wir gerade gezogen haben, als neue Startlinie. Panschen. Ziehen die horizontale weiter. Ich hole nochmal eben unsere Kiste zu Hilfe. Wir haben also jetzt, das war die Startlinie, hier war das S. Jetzt drehen wir die Kiste um und machen jetzt die Seite. Haben wir also diese S-Linie auf die Startlinie gelegt. Machen jetzt ein Dreieck hier. Die Seitennaht, die das hier quasi hinterher so zusammenbringt. Und die Seite 2. Das ist diese Außennaht. Machen wir jetzt hier. Also unsere S-Linie auf der Startlinie. Horizontal weiter. Dann machen wir das Dreieck. Die Seitennaht. Und die Seite 2. Ich hole es nochmal raus. Das tut ihr ja nicht. Nur damit ihr sehen könnt, wie es jetzt so aussieht. Kann man das so ein bisschen so vielleicht. So kann man es gemeinsam sehen. So. So lag es gerade. Die Seite 2 war euer letzter Zug. Die Seite 2 kommt jetzt auf die Startlinie. Wir punchen wieder. Und wir machen jetzt ja wieder eine Seite. Das heißt, einfach nur bei L. Also die Querfalz. Die müssen wir ja immer machen. Einfach nur bei S hinein. Wenn man manchmal direkt hier oben nicht sofort die Fuge trifft, versuche ich bei diesen Tüten, wo wir hier unten noch die Fuge sehen, versuche ich dann von hier unten loszulegen. Man kann ja dann also sehen, dies hier ist S. Dann kann ich auch hier anfangen und das hier ganz vorsichtig hochschieben. Wenn ich hier oben so ein paar Mal schon die Fuge nicht getroffen habe, das wird ja dann auch unschön auf dem Board. Dann kann man eben einfach auch von hier unten nach oben schieben. So. Wenn wir die Seite wieder haben, dann legen wir wieder die Seite an die Startlinie an. Hier oben an die Nase. Hier unten muss das auch noch parallel laufen. Dann punchen wir wieder. Wir ziehen ein letztes Mal die Horizontale. Und jetzt müssen wir die zweite Seitennaht machen. Also wieder das Dreieck ziehen. Hier runter die Seite 2 wieder runter. Und nicht erschrecken, hier bleibt jetzt ein Stückchen über. Das ist auch genau richtig so. Jetzt haben wir also... Ah, ihr seid noch bei mir. Eine Seite, also nein, eine Front, eine S-Front, eine Seite, eine zweite S-Front, eine zweite Seite und ein Stück über. Da gehen wir jetzt nochmal mit dieser Zeit 2 an die Startlinie dran. Und machen jetzt noch einen Punch. Und machen jetzt noch einen Punch. So. Und ich zeige euch jetzt, wie es weiter geht. Und ich nehme mir immer eine Schere und schneide als allererstes dieses Stückchen hier raus. Denn dieses hier wird unsere Klebelasche, die wir gleich benutzen. Und wir brauchen diesen letzten Schwupps hier nicht. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, wenn ihr das noch bestempeln möchtet, wenn ihr das noch bekleben möchtet, wenn ihr noch, ich weiß es auch nicht, damit veranstalten wollt. Das ist einfacher, das zu bekleben, solange es platt liegt, als es hinterher zu bekleben, wenn die Tüte fertig ist, sodass ihr also jetzt alle weiteren Dekorationen an dieser Tüte vornehmt. Als nächsten Step habe ich Löcher gemacht. Ich habe also hier das Designpapier aufgeklebt. Ich lasse das jetzt sein, weil dies nur ein Anschauungsstück für euch sein soll. Als nächsten Step habe ich hier eben das gestempelt und habe es dann aufgeklebt. Und dann kommen hier Löcher rein. Und die Löcher macht ihr auch mit dem Board. Und ich nehme mir einfach mal einen Stift, denn ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, welche Seite ich ansetzen muss, damit ich, oder welche Linie ich hier ansetzen muss, damit ich die Löcher richtig setze. Und darum möchte ich euch das gerne mit auf den Weg geben und nehme einfach einen Stift, damit ich euch das anzeigen kann. Denn wir nehmen nur Außenkanten. Das ist natürlich jetzt schwierig zu erklären. Ich mache mal mit Rot. Dieses hier ist keine Außenkante. Und diese hier ist auch keine Außenkante, sodass wir die nicht benutzen. Wir benutzen Außenkanten. Also das sind diese hier, ne? Die sind ja innen. Außenkanten sind bei uns hier. Und hier. Und da. Also freihändig zeichnen ist bei mir nichts, aber es ist ja auch nur, damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt und sehen könnt. Ach so, dieses hier ist übrigens auch eine Außenkante. Hier. Und alle grünen Kanten werden jetzt nochmal in das Board gelegt, zum Löchermachen. Also, diesmal nutzen wir die andere Seite des Boards. Ja, ich verspreche hoch und heilig, ich kümmere mich um eine Ringleuchte. Aber ich habe noch eine Veränderung vor mir vom Kreativraum. Ja, ihr kennt einfach meine Örtlichkeiten hier zum größten Teil ja nicht. Für die, die schon mal hier waren auf einem Workshop oder die, die mich privat kennen, es wird so sein, dass in naher Zukunft mein Büro und mein Kreativraum gemeinsam in mein Wohnzimmer ziehen und mein Wohnzimmer in mein Büro zieht. Das liegt daran, dass ich also festgestellt habe, dass auf dem Sofa Swaps liegen, die ich onstage bekommen habe. Wir haben also aktuell Mitte Juli, onstage war Anfang April, was für mich bedeutet, ich habe seit Anfang April nicht mehr auf diesem Sofa gesessen. und ja, was soll ich sagen? Ich verbringe die meiste Zeit des Tages entweder im Büro am Arbeiten oder im Kreativraum am Werkeln und sitze irgendwie in den kleinsten Räumen, die meine Wohnung hat und habe mich jetzt entschlossen, also den schönen, großen Raum zu benutzen, um Kreativraum zu werden mit Büroecke, in der ich dann auch fürs Büro arbeiten muss, aber dann bin ich einfach in dem großen Raum und im Moment liegt dieser große Raum einfach nur brach, bis zu dem Zeitpunkt, wo hier irgendjemand zum Workshop erscheint und dann ist wieder vier Wochen verstauben angesagt und das möchte ich so ein bisschen umgehen. Ich werde also einen kleinen Raum benutzen, dann für mein Wohnzimmer, mein Sofa Pflicht raus. Ich werde mir zum Geburtstag selber ein neues Sofa schenken und ja, so, kleiner Exkurs vorbei. Auf jeden Fall gibt es da noch eine Regenleuchte, das wollte ich gesagt haben. So, also hier ist die Nase auf der anderen Seite von dem Board, diese Nase nutzen wir jetzt. Wir legen uns das also so rum dahin und legen jetzt alle grünen Striche hier an, also alle Außenkanten und machen dann einfach Löcher. So, so, hier wieder die grüne Kante anlegen, die rote Kante legen wir nicht an, sondern die grüne Kante. Hier wieder die grüne Kante und da seht ihr dann auch, da kommen genügend Löcher bei zusammen, die man braucht. Wenn wir nämlich die roten Kanten auch noch machen würden, dann hätten wir hier noch zwei Löcher ein bisschen versetzt, was irgendwie ja überhaupt keinen Sinn macht. Also nur die Außenkanten von der Tüte, das Konfetti in eine Tonne, so, und dann kann das Board nämlich auch schon weg und dann schieben wir jetzt das Ding nicht mehr so stark rein. Ich befürchte, dass das am Samstag, war das Samstag? Nein, Mittwoch hatte ich auch noch Workshop. Schulranzen-Workshop, Schulanfangs-Workshop und Schulranzen haben wir damit gemacht. Die will ich nämlich gleich abfilmen, deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal, wie man damit umgeht, bevor ich euch zeige, wie ein Schulranzen erstellen wird oder wie ich den Schulranzen gemacht habe. Und darum machen wir hier das Grundlagen-Video vorweg. So, jetzt haben wir alles. Wir haben unser Designerpapier aufgeklebt, wie ihr seht. Wir haben die Löcher, wir haben alles zusammen. Dann können wir jetzt anfangen, diese Tüte zusammenzubauen. Und zwar fange ich einfach mal an, mit meinem Falzbein zuerst die Klebelasche, dann eins weiter, die Seiten quasi umzuschlagen. Was ich jetzt nicht knicke, sind die roten Striche. Die knicken sich gleich viel besser von alleine, weil die in die andere Richtung müssen. Das zeige ich euch nochmal am Anschauungsprojekt. Die Falz hier geht so, also das ist so eine Talfalz einfach. Die machen wir später. So, und jetzt klebe ich zuerst mit ein bisschen Tombow auf der Klebelasche. Und ihr seht, auf der Klebelasche ist ein Loch. Das ist sehr praktisch, denn ich lege mir das jetzt hier so hin und kann jetzt ganz bequem einfach diese Tür schließen hier. Und das Loch ist jetzt gleichzeitig da, wo das Loch von der Seite ist. Ja, die Stifte sind nicht farbrecht. Ist auch kein Spinning-Up. Gebe es ja zu. War ja nur gerade greifbar. So. Da haben wir die Tüte dann auch schon zu. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wo hier hinten ist. Das ist nämlich da, wo ich gerade geklebt habe. Und dann mache ich zuerst die kleinen hier rein. Hier ist hinten. Hier habe ich gerade geklebt. Und mache jetzt auf diese Ecke ein bisschen Tombow. So. Kann man das sehen? Ja, ich hoffe, man kann das sehen. Und klebe das hier einfach so ran. Halte das jetzt so ein bisschen von innen gegen. Und lasse den kurz anziehen. Und ziehe jetzt nur noch einen Streifen hier rüber. Und schließe die Tüte. Und was ich jetzt in der Regel tue, ist, ich nehme mir eins von unseren Handstanzen. Die sind ja schwer genug. Die können wir da einfach reinstellen. Dann brauchen wir es auch nicht festhalten. Und das ist eine Tüte. Auf die Uhr gucken. Kannst gar nicht lehnen. Mein dicken Bauch wieder. Hat also nicht so lange gedauert. Wenn das dann hier hält, dann haben wir nur noch einen einzigen Job. Nämlich das ein bisschen zusammendrücken, damit einfach diese Tüte entsteht. Und das mache ich einfach, indem ich mit den Zeigefingern hier das jetzt hineinschubse. Und dann kann man das einfach oben ein bisschen zusammendrücken. Und der Rest findet sich hier von ganz alleine. Dann sieht es nicht aus, als wäre es so gequetscht. Man kann das schon alleine nachziehen. Eine S-Tüte, eine M-Tüte. Da geht es jetzt also auch nur um die Breite. Die Höhe habe ich ja selber entschieden, dass das jetzt drei Zentimeter insgesamt weniger sein sollen. So kann man es vielleicht sehen. Dass es drei Zentimeter weniger sein sollen, als bei der M-Tüte. Aber S und M sind, wie gesagt, nur die Breite. Hier haben wir jetzt 26 großzügig, 26,7. Und diese Tüte hat 28, äh, Entschuldigung, 6,7 und 8 Zentimeter. Also 8 Zentimeter und 6,7 Zentimeter. Das sind die beiden Tüten, die man mit den Affairpapier tun kann. Und dann die L-Tüte, das können wir nochmal eben auf dem Board nachmessen. Wenn ich denn... Wir nehmen einfach das Geodreit. So. Die Tütenbreite war ja... Die Breite von dieser Falz bis zur Startlinie. Und wenn ich jetzt die Startlinie auf die 1 lege, dann sieht man bei der 7 die M-Tüte. Und jetzt gucken wir mal bei der L-Tüte. Die ist dann 9,3... Ja, so 9,3 Zentimeter breit. Aber wie gesagt, die L-Tüte nur mit einem großen 12x12-Inch-Bogen machbar. So, das ist das Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten. Falls ihr Interesse habt, euch das zuzulegen, lasst es mich gerne wissen. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Falls ihr noch mehr von mir sehen wollt, lasst mir ein Abo da. Ich drehe jetzt gleich sofort weiter und drehe das Video für den Rucksack, also den Schulranzen, den ich auf dem Workshop gemacht habe. Und ja, ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss.